Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat zuletzt die Österreich-Story bestätigt, wonach er die Maskenpflicht für Innenräume und eine verkürzte Gültigkeitsdauer für Tests vorgeschlagen hat. Am Donnerstag wird die Corona-Taskforce darüber, über weitere Maßnahmen gegen die vierte Welle und die massive Impfmüdigkeit auch mit Landeshauptleuten beraten. Die vierte Welle. Nachdem mehrere Experten dem Minister bereits öffentlich ausgerichtet haben, dass Österreich gegen die steigende vierte Welle und den Anstieg der Hospitalisierungen gegensteuern muss, will jetzt auch Mückstein gleich agieren. Ginge es nach ihm, würde man zu Schulstart die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen österreichweit wieder einführen. Die ÖVP würde sich damit offenbar lieber noch Zeit lassen. Die Tests. Wien hat die Gültigkeit der Tests bereits auf 48 Stunden für PCR und 24 Stunden für Antigentests gekürzt. Zumindest auf 24 Stunden für die Antigentests könnten sich die Regierung und Länder rasch einigen. Gegen die Verkürzung bei PCR-Tests könnten sich hingegen einige Länder auflehnen. Die die entsprechenden Laborkapazitäten nicht haben. Daran dürften auch mindestens zweimal die Woche PCR-Tests an den Schulen scheitern. In Wien wird es allerdings so kommen. Das Impfen. Die meisten Landeshauptleute und auch die ÖVP scheinen für eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich zu sein. Teils soll das auch für Lehrer und Kindergärtner gelten. Hier behaupten ÖVP-Quellen, dass der Gesundheitsminister das nicht genügend forciere. Hinter den Kulissen wird auch noch um eine 1G-Regelung gerungen. Experten raten das an, um die Impfwilligkeit, Österreich ist von den westlichen EU-Staaten Schlusslicht, zu steigern. Mückstein soll das für die Nachtgastronomie wollen. Die ÖVP will aber die Oberösterreich-Wahl Ende September abwarten. Mückstein soll das für die Nachtgastronomie werden. Mückstein soll das für die Nachtgastronomie werden.